...von 10 Sachen wieder raus. Hier nur Teeber! Ich krieg' ich. Nicht sterben, besser mal versuchen, dann geht's. Schub's denn mal, besser so. Hilfe da! Scheiße, ey. Ja, guck mal hier. Ich bin noch nicht am Ende. Ihr kommt schon nicht mehr raus. Ach, zieh mal einfach. Ich hab keinen anderen anderen. Ich hab das Gefühl noch nicht mit Ruck. Ruck? Mit Ruck. Wer ist denn mit Ruck? Ruck. Wer ist denn was? Mit Ruck oder ohne Ruck. Das war's. Hubschrauber. Hör auf! Hörst du doch alle! Jaaa! Ich hab's da ja nur drauf. Ja, aber warum hackt die immer so? Ist das... Jaaa! Komm, komm, komm! Komm! Jaaa! Jaaa! Ich bin doch nicht lächig! Jaaa! Das ist ja auch nicht zufrieden. Jaaa! Jaaaa! Jaaa! 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 Ich glaube, die hat noch nicht so viel gelitten wie heute. Weiter, hier bin ich gekommen. Ist ja auch eine King. Nicht so stark einlenken, wenn du gegen die Wand da fährst. Das bringt auch nicht, wenn du so ganz stark einschlägst, die Lenkung. Da drückst du dich nur selber von der Wand weg. Der, der rausgezogen wurde, muss immer direkt da stehen und den nächsten direkt mit rausziehen. Ja, komm mal her. Der ganze Elektronik-Kram. Ja, komm mal her. Mit Betriebe, glaub ich, irgendwas. Ja, komm mal her. Also jetzt steht King aber nicht sehr gut da. Das ist voll glatt, wenn du kurz wieder draufsetzt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hier, fahrt rüber. Ja. 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 Ja, da kommt's schon wieder. Ja. 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 Winde! 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 Das nächste doch! Der muss doch mal Rallrad reinmachen! Das Problem ist, er liegt auf! Ja, schieb mal eben! Ja, die sind jetzt zurück raus! Kein Problem! Ja, das Loch ist ein bisschen tief geworden für die Insel. So sieht eine Känkwad-Rettungsaktion aus! Ja! Ja! Du hast einen Reflektor verloren! Meist weg braucht eh keiner! Papa! Ja! Der kriegt zwei jetzt! Ja! 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 Jetzt ist ja gleich in der Kampfer der Winnegeld fest! Alter, was da für ein Modder auf den Arms liegt, ey! Ja! 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 Genre, maneu hat wie auch jetzt? Ja! Die Vorstellung werden Observationsygården übernommen! Ja! 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 Ich hab Gott geisch, fremacht tatsächlich mit dem Motoren.